Liebe Schülerinnen und Schüler der STS-Schule, wir wollen euch jetzt ein Spiel vorführen, das euch hoffentlich Spaß machen wird und der Hacker erklärt euch, wie das geht, um zu sagen. Also das Spiel heißt die Sprachen-Challenge. Ich werde einen Zettel ziehen, da wird ein Wort drauf stehen und ich muss dann jemanden dran nehmen und er wird es auf meiner Sprache wiederholen. Ich ziehe einen Zettel. Ja, Kof, das heißt auf türkisch Kafa und Mohammed, sagst du jetzt. Ja, Kafa, also auf türkisch. Okay, jetzt ich einen Zettel. Hier steht Klamotten. Auf Marokkanisch heißt es Arroh und wieder so. Jetzt nachsagen. Ja, das habe ich wiederholen. Er kommt mal an. Ja. Ja. Ja, das heißt Arroh. Arroh. Ja. Arroh. Arroh. Ist der Willand dran? Schuhe. Also Schuhe heißt bei uns Pumat. Ja, warte. Pumat. Mit Sprachen. Aber auf Albanisch heißt es Pumat. Okay. Wie soll es sein? Du. Ich? Pumat. 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 Ich habe Fernsehen. Achso Fern. Pumat. 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 Das heißt auf türkisch. Jum. Ja. Jum. Ja, also Jum auf türkisch. Ich habe gerade nachgesprochen. Ja. Okay. Ist das Kali dran? Ich habe Bauch. Und ich nehme mir wieder. Bauch. Achso? Und A-Dees. 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 Wie war es? Ja, ich habe es. Warte, warte. A-Dees. 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 Gleiches Wort. So. Jetzt bin ich wieder dran. Und zwar habe ich das Wort. Furz. Aus-A-Zone. Das heißt auf Moro kann ich A-Z-A-R-E. 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 Ja, hat keine Ahnung. A-Z-A-R-E. 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 Danke. Vielen Dank. A-Z-A-R-E. Kaltze. Ich hab das Abband. Aber es heißt das Mor-A-Z. Wie? Mor-A-Z-E. Wie soll ich das sagen? Ja, du. Nein, Mor-Mo-Mo. Mor. Was? Kannst du wieder om es mal bitte? Mor-A-Z-E. Mor-A-Z-E. Auf Al-Banisch. Ja. Oder Kosovo in Ar-Banisch. Ja. Ich habe eine Tür, die Tür auf türkisch heisst Kappel und Mohamed. Ja, Kappel, wie gesagt, siehst du hier, mein war Florian Kappel. Ja, ich bin dran. Und ich habe das Wort Licht und ich wünsche mir, dass der Hacker mich wiederholt. Und auf dem Horkanisch heißt Licht Fert. Fert. Ja, stark. Jetzt gehe ich wieder einander rein, wieder wieder einander rein, wieder wieder einander rein. Ich habe das Wort Zähne ausgezogen, das heißt Hermes, Hermes. Hermes, Hermes, Hermes. Ja, Hermes. Ja, Hermes habe ich schon gesagt. Hermes. Okay. Ja, das wäre der... Wie ist der Buch? Liebe. Liebe? Ja. Okay. Liebe heißt auf Albanisch Buch? Ja. Damit du Bescheid wirst. Das wäre der Hacker-Trag. Die letzten fünf. Stift. Heißt auf Türkisch Kalem. Und ich bin der Spieler. Kalem. 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 Und auf der Habe ich heißt Kalem. Ja, Kalem. Ja. Und auf der Habe ich heißt Kalem. Ja, Kalem. Kurz, genau. Ach so, ich spüre den. Der Boss. Okay. Augen. Auf Marokkanisch heißt es Fertawa. Ja. Mach doch eine neue Zunge. Ich weiß nicht. Wieder. Augen. Fertawa. Fertawa. Ja. Es hat nicht gereicht. Fertawa. Ja, knapp. Ja, knapp. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Und zwar habe ich das Wort. Ball. Ja. Das heißt Cora. Ja. Und ich sage das Hacker. Cora. Ja, Cora. Ja, Cora. Boden. Cora. Boden. Also, wie heißt das Wort Boden? Zogen. Albanisch gibt es? Ja. Boden heißt... Tog. 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 So. 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 Boden darf Albanisch heißen. Tog. Okay. Also, Boden darf Albanisch heißen. Tog. Okay. Ist noch etwas drin? Ja, noch eine. Der letzte Zettel. Das letzte. Okay. 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 Und? Band heißt auf Türkisch Duvar. Und ich will das Momente sagen. Duvar. Duvar. Ja, also Band auf Türkisch heißt Duvar. Ja. Aber du musst das abgeben. Okay. Ja, das Spiel ist jetzt zu Ende. Ja. Es hat euch Spaß gemacht. Und abonniert uns. Liebesbesgeschäft. Peace out. Hallo liebe Schüler und Schü... Schüler und Schülern der SDS Schule. Nee. Boah. Boah. Du hast jetzt. Och ja. Ja, ja!